Tatort, das Spital der Stadt Rottweil. Über ein Jahr lang soll der Spitalleiter eine 95-jährige Heimbewohnerin abgezockt, per Vollmacht Geld von ihrem Konto abgezwackt haben, 200.000 Euro insgesamt. Festgenommen wurde er bei der Rückkehr von einer Seniorenreise. Noch am Flughafen klickten die Handschellen. Eine Nacht musste er im Gefängnis verbringen, am nächsten Tag wurde der Rottweiler Spitalleiter gegen Kaution freigelassen. Albrecht Voth, Leiter der Staatsanwaltschaft Rottweil. Dann erfolgte am Donnerstag der vergangenen Woche zunächst die Durchsuchung von den Geschäftsräumen im städtischen Spital und auch Privaträumen des Beschuldigten. Diese Durchsuchung hat den zuvor gehegten Verdacht noch bestätigt. Der 55-jährige Spitalleiter galt bisher als unbescholtener Familienvater. Vorstrafens sind der Rottweiler Polizei nicht bekannt. Seit fast 30 Jahren stand er mit an der Spitze des Spitals. Die Vollmacht für das Konto der alten Dame hat sich der Beschuldigte schon vor ihrem Einzug in das Heim geben lassen. Solche Vollmachten verbietet das Heimgesetz ausdrücklich. Der fast 100-jährigen Heimbewohnerin kamen die Kontobewegungen seltsam vor. Ihre Angehörigen erstatteten jetzt Anzeige. Noch mal Albrecht Voth. Die Gesamtgrößenordnung der verdächtigen Beträge beträgt 200.000 Euro. Das ist in einer Vielzahl von Einzelbeträgen, teils fünfstelligen Betrages, teils kleinerer in den Hunderten liegender Beträge geschehen, überwiegend durch Barabhebungen, teilweise auch durch Überweisungen. Das Rottweiler Spital beschreibt sich auf seiner Homepage als Ort, an dem sich die Bewohner wohlfühlen können. Und vor allem der Leiter, mag man jetzt denken. Der hat sich inzwischen zur Sache geäußert. Was sagt die Staatsanwaltschaft nicht unter Hinweis auf das schwebende Verfahren? Weitere Zeugen werden vernommen. Die Kripo sortiert Bankbelege. Der Spitalleiter hat jetzt erstmal Hausverbot in dem städtischen Altersheim. Das wurde im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt. Ende September wurde das Rottweiler Spital erneut ausgezeichnet für die Qualität der Pflege und die Betreuung der Bewohner.